und und da sind wir wieder wir haben eine Einladung zum Dungeon bekommen, die nehmen wir natürlich sofort an kurz Timer neu starten, weil das war jetzt quasi ein nachtloser Übergang und dann sehen wir fast Todesvolk Alter, ja egal, das kriegen wir schon hin erstmal alle Quests wieder annehmen, ich bin sogar Anführer der Gruppe, kenn ich den Dungeon? Ja, den kenn ich, die Höhlen des Wehklangs, auuuuuh, kennst du das? Das ist so ein langer Dungeon, ey aber naja Jo Freunde, was los? Ach komm, hauen wir schon mal rein hier Kleitsch Ein bisschen gezielter Arbeiter Alter, wie ich 710 Schaden gerade mit einem Schlag gemacht habe Obwohl ich auch schon mehr gemacht habe, muss ich ehrlich sein Hauptsache bei mir stand gerade hohe Bedrohungen Ja, das bedeutet, dass du Agro ziehst so langsam Spätestens, also jetzt in den Dungeons noch nicht, aber dann solltest du wenn es dann echt schwerer wird in den Dungeons Spätestens dann solltest du sofort aufhören Schaden zu machen Weil sonst kommt nämlich ein übelst fettes Viech auf die zu gestratzt Es gibt dir eine aufhören und du bist weg Ich muss doch diese Defilet-Bike Lul Ja ja, die habe ich auch, nur ich hatte mein Inventar voll, deswegen muss ich gerade was wegschmeißen Was ist das? Brauchen wir nicht Das sind zwar wie so Rezepte für die Berufe, dann kannst du so Sachen damit machen Also eigentlich für uns komplett irrelevant im Moment Also eigentlich für uns komplett irrelevant im Moment So, ich habe schon 3 und du? Auch Okay, cool Alter, wie ich gerade 1000 damage gemacht habe Echt? 1001 Alter, klasse Alter Typ Ich brauche unbedingt ein paar neue Attacken, ne? Weil die sind so totes nervig, diese Attacken die ich bis jetzt habe Plus 2 wirst du minus 1 Intelligenz Naja, Gier Ey, ich kann nicht mit einer Attacke zu Ende casten, dann ist der schon tot, ne? Ist doch gut, sag auch froh Ist überhaupt nicht gut Ich will auch ein bisschen Schaden machen So, schnell auch sammeln Egal, theoretisch bin ich ja gerade sowieso nur als Heiler dabei Weiß nicht Also es ist im Prinzip echt egal 5 von 10 habe ich Ihr seid ja schon vorgelaufen, ich chille hier, ey Warum? Du wirst nicht Picknick machen Naja, ich habe mein Inventar ein bisschen Sauber gemacht Okay Deswegen Und plötzlich drehe ich mich um, alle sind schon weg Enten Was hat er gemacht? Was hat er denn da gerade gelöstet? Ja, das sind so Dinger die du auch noch einsammeln musst Aber da müssen glaube ich auch noch genug für alle da sein Ich brauche echt überhaupt nicht zu heilen, ne? Ist so witzig Ich bin mal gespannt Nein, ich bin gar nicht gespannt Ich bin gar nicht gespannt Äh, so, demnächst müssten wir eigentlich zum ersten Boss kommen Wenn ich das richtig in Erinnerung habe Hallo, ich möchte erstmal Das sind Schlangenfrauen, was ist das? Schlange was? Da unten Äh, ja, ja, das kommt dann nachher noch Loll, da ist ein Gegner direkt vor mich, greiflich an Und da drunter heißt dieses Schlangenfrauen Okay Keine Ahnung, woher ich sowas herkriegen soll Ja, das ist das hier, guck mal, das was ich hier gerade sammle Das ist diese Blumen Aber wie gesagt, da müssten im Laufe des Dantes genug kommen Weil eigentlich haben die jetzt immer so drauf ausgelegt Dass da für jeden genug da sind Sonst wär's ja übeisbehindert Das werden sich die Leute ja darum boxen Loll, da war nix drin So... Ist das schon... Ja, da ist diese Lady Anaconda Mach sie fertig, ja Ich schwöre... Bam Bam Ich bestehe gegen die Schlangenlaus, ey Das will ich dir beweisen Ich ficke sie alleine schon Bin im Schlaf vorsetzt worden Uncool Er schläft, guck mal, er schläft Jetzt bin ich wach Gut geschlafen Ein Zehnplatzbehälter, ja, Bedarf Eine neue Tasche Dann können wir mehr tragen Ich hab sie gewonnen Er sagt, da können wir mehr tragen, du kannst nur mehr tragen Ja, ich sage doch, wer auch immer das gewinnt Das man hat es nicht Ja, aber geil Er ist der Boss down So, ich brauch noch zwei Deviat Balke und vier dieser Flaumen-Dinger Ja, mhm So, wie wir das, ich glaube, wenn wir alle diese Krokodile hier unten gekillt haben, kommt der, äh, das Bosskrokodil Ich kann mich aber auch irren Da, hier ist so ne Blume, da, links, rechts, ja? Ja, ich hab sie Sehr gut Ulther Schade, dass ich kein Schild benutze Geer Sonnenfinsternis Äh, Geer Deviat Balke Nee, listen Ah, hier war der, der Boss, okay, das war dieses Crash Alter, ich erinnere mich sogar daran, dass, äh, der dieses Schild droppt Das wusste ich sogar noch Das Schild, was keiner bekommen hat Ja, dieses, äh, diese Schildkröte, die hat auf das Schild gedroppt, das erinnere ich mich, da erinnere ich mich dran Ach Ja, ich habe alle diese Deviaten scheiße da Echt jetzt? Mir fehlen noch zwei Oh, ich hänge so hinterher Oh, Alter, mein Genick hat gerade geknackt, wie nichts Gutes, ne? Hm Hm Ich, je, meins, äh Okay, ich brauch noch zwei Schlangenflaumen. Ich drei. Ich hasse sowas ey, dass man das nicht, dass das Inventar getrennt gezählt wird ey. Naja, ich mein, wenn du solche Sachen abgeben musst, das ist ja eigentlich logisch. Ne, vielleicht nicht. Ich find's schon okay, vor allen Dingen, weil die hast du in diesen Dungeons eigentlich immer so planen, dass da für jeden auf jeden Fall was da ist. Das wäre ja sonst auch zu schön. Weißt du, dann würden sich alle wirklich darum boxen. Das ist jetzt aber meins, bla bla bla. Ich glaub so blöd sind die nicht. Siehst du, er ist auch schon wieder alt gekommen. Okay, ich hab alle Deviat-Balge zusammen. Ja, hab ich ja auch schon lange. Super. Ich geh einfach hin und sammle das ein. Was denn? Er hat auch einen Lotto. Ich geh einfach hin und hab diesen hier gesammelt. Achso. Er hat nämlich angeklappt. Ja, du musst das machen. Loll, das ist für dich richtig brutal. Nimm das sofort, Alter. Ja, ich hab's schon gemacht. So, auch dieses Harbour-Bild. Ich hab's gewonnen. Sehr gut, Alter, weil die Rüstung ist richtig premium. Vor allem, wenn du da noch ein Set von findest, dann wird das immer besser. Also noch mehr Teile, wenn du noch mehr Teile davon findest. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wo. Ich hab's jetzt ausgerüstet. Sehr gut. Oh, alles voller Schlangen. Ich brauch nur eine so eine kleine Pflanze, ne? Ich hab jetzt gar nur eine gefunden. Ich bin... Da hättest du eigentlich, ich schlängel mich einfach durch. Ja, halt die Ohren offen. Ja, hab ich alles. Sternenso, Kamehameha, boah. Super. Alter, ich hab die Schlangen. Ey, die Schlangen sind ja auch nur kleine Mistfücher, Alter. Die haben ja auch nur, keine Ahnung, 100 Leben oder so. Anstatt etwas Ermutigendes zu sagen, er disst mich noch. Ich sage dir jeden Tag, wie Gottverfickt viel Damage du machst, ey. Dass das schon nicht mehr schön ist, was da passiert. Und ich pimmel hier bis durch die Gegend mit meinem Mini-Bisschen-Schaden, Alter. Dann heil mich mal. Oh, hab ich vergessen. Ich hab vergessen, dass ich Heiler bin. Aber war ja bis jetzt noch nicht nötig, irgendwie. Wieso kann ich das nicht aufmachen, doch. Bei wem Kampfen? Stärken, Ausdauer und Kette können wir beide nicht tragen. Ich mache Gärtschmied, ich hab gewonnen. Oh. Alter, ich freue mich schon drauf, wenn die Dungeons & Dragons ein bisschen schwieriger werden, dass man auch ein paar Mal einfach nur drauf geht, die ganze Zeit wissen. Hä, lass mich doch erst mal klarkommen, Alter. Er will schon Schwere haben. Digga, ich drehe. Ich hab gesagt, da freue ich mich drauf. Ich hab gesagt, ich will sie sofort haben. Weil da muss man sich auch ein bisschen absprechen und sich vorher mal angucken, was die Gegner so machen und so. Weil hier ist hier jetzt einfach nur durchrennen, Alter. Guck mal, ich als Heiler kann Schaden machen. Alter, wenn du da als Heiler mitgehst, du bist nur am Schwitzen die ganze Zeit. Alter, der geht drauf. Dann machst du den nächsten heilen. Na, 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 na. Lol, er muss gerade aufgelivelt. Ach, der Tank. Ich level auch gleich auf. Ha? Der hat vor das Kulizier. Ja, diese, äh, ähm... Ja. Ja. genau und ich habe einen Protodrachen, der mir auch besser gefallen ich sage nur, dass er cool ist, nicht dass er mir gefällt so, da ist noch ein Boss komm Alter, ziehen wir direkt mit ran da das kann ja wohl nicht wahr sein ja warte, ich geziele ihn einfach geziele ihn mal ich gebe ihm Sternfeuer in seinen Nacken ja warm Junge das sieht man richtig in seiner Lebensanzeige, wie das weggeht ja man, Luol hat sich verwandelt er kann mich mal oh, wenn das nicht Stoff wäre, würde ich das sowas von nehmen, aber es ist Stoff ich habe da Geh gemacht ja, ich auch, klar wo müsste ich jetzt hin? weiß ich nicht ein Lord müssen wir noch mhm guck mal, die kennen sich aus hier runter geht's sicher? ja oh, 103 Minus ich heile dich, Matusator die kreischende Schlucht aha übelst mysteriös, Alter hast du schon mal ne Eule mit Geweih gesehen? ja vor mir läuft eine hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüht nööööö Prof nööööööau Oh, ich brauche unbedingt Gummikopfhörer oder so. Ja, ich habe ja im Moment auch nur meine Stöpsel, ey. Boah, die fressen auch schon meine Ohren auf von innen. Wer ist das? Wie? Ein Krokodil. Hab 15 EP bekommen. Süß. Naja, besser 15 als nix, oder? Ey, ey, du rennst in die falsche Richtung. Martin! Ja, warte doch, ich muss meinen Hund gerade retten. Vor mir trinken, ja. Ich will so langsam. Aber wieso? Weil du fragen sollst. Okay. Oh, lol, hier ist Gumm. Ein riesiger Dinosaurier. Ich sehe ihn nicht. Dann siehst du ihn gleich. Aber es kann sein, dass er dann schon tot ist. Ich habe ihn Gumm gefunden. Ich werde ihn jetzt gezielten machen. Ja, ich achte. Ich sehe deinen Schaden sowieso nicht, den du musst. Ich sehe nur, dass du gerade an zweiter Stelle stehst vom Schaden her. Aber ich habe dich gerade gerettet, weil der Typ sich die ganze Zeit geschlagen hat an der Seite, ne? Echt? Dankeschön. Boah, mein Mann. So. Bounce. 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 Auch.. Oh, er will mich beißen. Was soll ich mit dem Dolz? Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe ihn gewonnen. Satt sie verkaufen. Ja man, was willst du anderes machen, ey? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Follow me. Bam, ja. Bam. Boah, hab ich ihn gezielt, Alter. Selber. Piu. 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 Nicht genug Fokus. Oh, nicht gut. Oh. Loll, die kommen mir ja lang geront. Loll, die kommen mir ja lang geront. Es eskaliert. Oh. Hi. Gib ihm, Kreuz. Oh. Super. Kein Halt nicht. Ein Stab! Mit Willenskraft und Stärke? Seid. Ist auch ne beschissenste Kombi, ey. Wobei, Willenskraft und Stärke? Vielleicht Paladin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es sowieso nicht. Ich weiß es sowieso nicht. Pardon mich mal. 5 Minuten nochmal. Okay. Okay. Ah, ich bin schon über 22. Um auf zu lügen, Alter. Warum bist du immer so viel besser als ich? Weiß ich nicht. Aber auch nur ganz knapp. Ja, eben voll nicht, Alter. 500 KB, die du mehr hast. Äh, EP. 500 EP ist aber nichts, ey. 500 EP ist nichts. Ich heiße Kai. Ja, ist nicht viel. Ja, trotzdem. Ja, ja, ich weiß. Keine Ahnung was herkommt. Alter, wie viele so kleinen Mistkäfer. Wir sind hier, ey. Ja. Aber die können doch nichts. Diese kleinen sind total ätzend, ey. Ey, wieso die sind nur One-Hit? Naja, ein Lot haben wir wenigstens nur. Ey, dann macht das Spiel wenigstens jetzt noch ein bisschen Spaß. Ja, ja. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas Neues dazu bekomme. Sternfeuer habe ich. Sternsog. Eigentlich müssten die aber auch direkt in meine Leiste kommen, wenn ich was Neues hätte, ne? Da, Ster... 26, Alter, ich drehe durch. Ey, hier fühl mal einer. Wieso denn? Wo bist du? Ja, hinter dir. Wo du angegriffen. Aber du hast ja mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, ich musste gerade was gucken, sorry. Ey, wir müssen gleich unbedingt eine Hände aufsuchen. Ich bin so todesvoll, ne? Ich habe... 1, 2, 3, 4, 5 Rucksäcke voll. Ich habe ja zum Glück noch diesen, äh... Hast du 5 Rucksäcke? Mhm. Lul, ich habe gerade mal 4. 1, 2, 3, 4, 5 Rucksäcke. Äh... Er hat mich schon wieder nicht zu Ende zaubern lassen. Wie witzig das aussieht, wenn du schnell läufst. So, dieses... Pass auf, dass du hier nicht runterfällst. Hier ist eine Schlucht. Ja. Den Fehler habe ich schon öfters mal gemacht. Kennst du richtiges Minecraft Adventure Map? Du schlägst mit deinem Kinn noch auf die Kante auf. Hahaha. Weißt du was geil ist? Ah. In den Dungeons hier zieht das ganze Spiel so viel weniger Grafikspeicher und Leistung, weil er halt die ganze Zeit nur diese kleine, also im Vergleichsweise kleine Höhle animieren muss und rendern muss. Ah. Das heißt, ich nehme gerade konstant und ich nehme konstant auch mit 60 Frames. Dass es mache, habe ich die ganze Zeit schon. Ja, ich weiß. Aber ich habe es halt immer gere... Ich habe es halt limitiert auf 60 Frames. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn Sylvie es noch höher machen würde, ne? Ich habe noch eine neue Attacke gelernt. Gegenschuss heißt sie. Gegenschuss? Gegenschuss. Was ist denn das nochmal? Au. Das ist ein Gegenschuss nochmal. Ich kann es mal überlegen. Ich weiß nicht. Ich finde den nicht und ich möchte es auch nicht die ganze Zeit. Gucken wir später, wenn die Event vorbei ist. Okay. Ja, eigentlich müsste der aber direkt in deine Leiste ploppen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, nein, ist aber nicht. Okay. Gegenschuss. Ja, schauen wir gleich mal in Ruhe. Ja, der letzte Load ist kaputt. Stoff, ey. Mann, alles Stoff. Lul, was ist denn das da? Verdammte Ewigkeit. Lul. Okay, was dick ist auf jeden Fall. Ich gezielt ihn, achte. Ich sehe nicht, wieviel Damage du ihm machst. Ich sehe nur, dass du viel Damage machst. Du vollidiot. Das sollst du achten. Ja, was weiß ich, ob das jetzt von dir kommt oder nicht. Natürlich kommt das von mir. Aber ich sehe ja, ich sehe ja im DPS wieviel du magst. Ich sehe, dass du an zweiter Stelle bist. ein Schild, ey. Ich raste aus, ne. Kennst du das aus Prinzip, weil das von einem dicken Gegner kommt, habe ich haben wollen gemacht. Oh, tja, warum? Weiß ich nicht. Äh. Muss ich hier runterfallen? Ja. Oh, ich bin gegen die Wand geflogen. Haha. So, kurz schnell laufen anmachen, Gi. So, haben wir jetzt noch einen Gegner? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ich glaube, wir laufen jetzt nur noch zum Ausgangs... Au. Nein, stimmt nicht. Irgendwas müssen wir noch machen. Nee. Haben wir den Erfolg schon bekommen, dieses... Erfolg kriegen wir erst, wenn wir die Quest abgeben, ne? Nein, ich meine, dieses Dungeon-Geschafft müssten wir eigentlich kriegen. Deswegen wundert es mich gerade. Ja, wenn wir die Quest abgeben. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, uns fehlen noch ein paar Dinge. Egal, zumindest haben wir alle Quests. Geht mit der Ehrenmutter. Wir sehen uns wieder. Was nehme ich denn? Handschuhe. Probe. Stiefel. Handschuhe. Die Schuhe. Handschuhe. Wo sind die Schuhe? Ich glaube, ich habe jetzt alles drin, was besser war. Wenn ich mich recht entsinne. Was ist das denn hier? Große ramponierte Truhe. Aber ich habe tatsächlich die Trophäe nicht bekommen. Ja. Sag ich doch. Irgendwas fehlt uns noch. Wollen wir jetzt nochmal los, oder was? Macht das Sinn, Alter? Naja. Es gibt halt Erfahrung, ne? Und Gold. Und das Gold kriegst du halt auch erst, wenn wir das fertig machen. Da hättest doch dieser Mutter los. Den haben wir gar nicht. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt rennt dieser Spasti hier los. Der fette Taure. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Den müssen wir beschützen. Es ergibt alles einen Sinn. Hast du auch ne Quest angenommen? Nein. Aber das scheint wohl noch zum Dungeon gehören. Zu gehören. Oh, okay. Wir müssen ihn beschützen, nur. Oh. 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 Egal, ich hab ihn zuverlässig. Sehr gut. Ich schwöre, ich werde meinen Bogen, glaube ich, der zuverlässige nennen. Der zuverlässige, zuverlässige. Heftig. Äh, es wird schon wieder eine Monster-Folge. Aber das ist gut so. Ah, jetzt macht ihr hier das Ritual, oder wie? Innerhalb der Feuerkreise müsste ich den Zauber wirken. Den Geister. Oh. Es kommen Gegner. Danke. Ich schütz ihn. Was schlägt denn da so ne Aura, Alter? Ja, das ist diese... Das ist vom Magier. So ne Attacke, wo er alles in seinem Umkreis mit damaged. Ah. Schlange kaputt treten. Äh. Du bist was los. Versuchst du zu fliegen, oder was? Ja. Was sagt er? Am Ende dieses Ganges liegt Naralex in... ...unruhigem Schlaf. Ja, den meinte ich nämlich. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass wir genau den noch nicht gemacht haben. Diesen Murloc da oben. Der hat mir irgendwie gefehlt. Da ist er doch. Ich seh ihn nicht. Da, er schläft hier. Ich seh ihn nicht. Hier. Ich steh ihn nicht. Ich springe auf ihm rum. Ach so. Das ist aber nur ein Grab, Alter. Mh mh. Der schläft. Glaube ich. Beschütze mich tapf gesehen, wenn ich in Smaragru im Traum eintauche, um Naralex zu retten, um diese Verderbnisse am Ende zu setzen. Ja. Ich beschütze dich. Dahin kommt schon was angekrochen. Ja, dahin kommt schon was angekrochen. Kreucht und fleuchte. Ja. Er schreit Hilfe. Kaffeebächer ist auch schon wieder leer. Was ist leer? Mein Kaffeebächer. Ah. Mein Wett hasen. Mein Wett hasen. Ich bin mir neuen einzuschenken. Bitte? Mein Wett hasen. Ich bleib voll, Alter. Na, hast ihn bald aufgeweckt. Blup. Ah, alles Mist. Lul, hier ist der Boss, ey, ich bin geträumt, ich auch, so, gib ihm ins Gesicht, ich hab ihn auch zuverlässig gemacht, ich weiß, ich ziehe dich hier noch, wie, jetzt haben was bekommen, Alter, sehr gut, ne, das brauch ich nicht, ich auch nicht, Bullshit, aber wir haben ja wieder so eine Beutetasche bekommen, wo ist die Beutetasche, mit Beweglichkeit und Ausdauer, ich geh kaputt, hä, wo, in deinem Inventar, you don't say, aber wo, weiß ich du nicht, sehe ich dein Bildschirm, da, mit einem Gürtel, 5 Beweglichkeit, 5 Ausdauer, Alter, das ist übelst geiler Gürtel für dich, kennst du das, was ich bekommen habe, wäre auch gut für dich, aber nicht für mich, krass drauf, ey, willst du den haben? Hä? Bist du den Gürtel haben? Ne, der bringt mir nichts, der bringt dir viel, aber mir überhaupt nichts, genauso wie meine Hosehupel. Der macht mir nur minus 5 Tempo, Alter, hm? Okay, aber du weißt, Tempo ist nicht gleich Bewegungstempo, ne? Das ist dieses Aufladentempo. Genau, das brauch ich nämlich, wie ein Hurensohn eigentlich. Du glaubst dich nicht? Ja, ich weiß. Gut, äh, Dungeon aus der Instanzgruppe verlassen. Oh Mann, ich bin wieder in Dämmerwald. Ja. Ich bin dafür, wir machen kurz mal eine Pause, oder? Würde ich auch sagen. Mach mir eine Raucherpause, Kaffee machen. Alles klar, Freunde, dann bis bald. Hauen Sie! Hauen Sie! Hauen Sie!